Kleiner Sam, wie geht's denn dir? Guten Morgen! Hallo! Ja? Hä? Opsi, du bist nicht schlafen? Aha! Opsi, was war denn das jetzt? Hä? Was war denn das jetzt? the muss y ganz viel Last nicht? Was war denn das jetzt? Was war denn das Lausweis? 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 Ja, er war denn das Lausweis? Wie war's denn? Hallo. Ja. Guten Morgen, kleiner Lauser. Gell? Es ist Zeit zum Aufstehen. Hm? Zeit zum Aufstehen? Hm? Du nicht aufstehen weil noch, hm? Ist es noch zu früh, hm? Ist es noch zu früh, hm? Oder was? Hm? Kleine Lauserle. Ah! Gell? Ja, zu kleiner. Zu kleiner. Zu kleiner. Hm? Oh! Was ist denn los, du? Was machst du für gemessen, hm? Look at him, he looks like an old man. Ja. Ha, hast du zu lang geschläufend, kleiner? Ha? Ha? Du zu lang geschläufend, kleiner? Ja. Du hast du problem, Sam. Hm? 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 Es ist zu viel Licht aus. Hm? Es ist zu viel Licht aus, hm? 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 Du bist so wie ein Schwein, gell? Hm? Jetzt ist so hungrig, gell? Jetzt ist so hungrig, hm. Ha! Hm? Ha? Du bist Essen, Sam. Hä? Ja? Ja, jetzt macht der Papi ein Paarbelle für dich, geil? Kurz Milchhäle. Ja, ist das fein? Ja, okay. Okay. Bis bald dann.